Hallo und Herzlich Willkommen zu Generation Zero Resistance, bist du mein Gehirn? Wir dürfen sogar vorher spielen, weil der Tobi hat uns Kies... TOOBAAA! Geiler Tobi, geiler Tobi, geiler Tobi, geiler Tobi! Kies Kino, juhu! Geil, geil. Freue mich, wenn die ganzen Leute gestern schon gestreamt haben, freue ich mich schon sehr drauf, weil sie sich nicht ans Embargo halten. Egal, egal, Tobi. Wir haben es trotzdem früher gespielt. Ja, das stimmt. Auf eins dann oder auf los? Mach mal auf... Auf los. Ok, auf los. Ok. Achso, macht jemand oder soll ich? Ja, ja. Achso, drei, zwei, eins, los. Hä? Ok. Gleich am Beitreten, was? Hä? Das Spiel ist derzeit so eingestellt, dass jeder beitreten kann. Du kannst das jederzeit... Oh, lol. Generation Zero. Nach dem zweiten Weltkrieg erlebte Schweden einen wirtschaftlichen Aufschwung. Weil es den Krieg unbeschadet überstanden hatte. Allerdings verlor das Land aufgrund seiner neutralen Einstellung zu Hitler einiges an Integrität, da seine mangelnde Bereitschaft es dazu gezwungen hätte, mit diesem Vereinbarung zu treffen. Um nicht wieder in die gleiche Situation zu geraten, wurden Schwedens neue Reichtümer in die sogenannte Gesamtverteidigung investiert. Dies bezeichnet die Fähigkeit, die Grenzen abzusichern und gleichzeitig der zivile Leben zu schützen und zu bewahren. Die kommenden Jahren erhöhte Schweden drastisch seinem Lehramt und Militärausgabe bereitet gleichzeitig der Bevölkerung noch daran zu tun, nimmt unvermeidliche Schein-Invasion aus dem Ost vor. Jeden Mann, jeder Frau und jeder Kündigung wurde an geschöpften Krieg vorbereitet zu sein. Sie sollten genau wissen, was zu tun sei und wohin sie gehen sollten, sobald die Sirenen ertönten. Und, was noch wichtiger war, bei jeder Situation, jederzeit Widerstand zu bieten. Jetzt müssen wir warten, bis der Text durchbringt, damit wir da synchron bleiben. Hä? Warte, okay, das wichtigste, Tobi, du weißt Bescheid, ne? Hä? Ey, Alter, geil! Jo, Mann, was geht, motherfucker? Nein, nein, nein! Kein Touches! Oh, 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 oh! Dimmatime! 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 Superbad! So, Superbad! Ich bin Roboter! Alter, lass das mal hintereinander machen, alle! Und ein Flotter! Synchron! Ach, ne Roboter? Warte, 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 wir gehen alle auf den Roboter und lassen gleichzeitig los. Okay, sag Bescheid! Was machst du denn da, Alter? Sag Bescheid auf Roboter, wann? Okay, auf drei, ja? Warte, warte, wo ist Roboter? Oben rechts! Hier, ah, ja, okay. Okay, eins, zwei, drei! Alter, nice! Curry, nicest Timing! Supernice! Alter, wir sind richtige Boyband! Wir sind richtige Boyband! Wir sind richtige Boyband! Tobi, Tobi, überwindet sich einfach gerade das zu tun! Der hat diese Überwindung, Alter! Och, Mann, Leute! Jetzt hört mal auf mit dem Scheiß! Ach, schön! Boah, nice! Ja, das war das Spiel! Tschüss! Tschüss! Ich hab das Gefühl, immer wenn ich runterschraube, die Optionen gehen die FPS runter. Ich seh' nicht mal meine FPS! Lass uns einen Zirkus aufmachen, Tobi! Lass' du mich steuern, ey! Wie schön! Wie doof! Oh, Gott! Oh, wow! Oh, Tobi! Oh, mein Gott! Hey! Ich kann nicht mehr! Das macht mich wahnsinnig hier! Das muss ich mir mit dem Fernklass nochmal angucken! Moment! Ah! Ich bin froh, dass die Rotter uns auslöschen wollen, ey! Was macht er denn jetzt für'n Move? Oh, Mann! So! Mit der Jacke fühle ich mich wie Terminator! Bye! Bye! oro Pyro Hey hey hey, hey 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 hey! Was? O cool! Jetzt seh' ich ja sogar... Ach, das is' ja nice! Was? Ich hab die Gasmaske angelegt, dann sieht man sofort so wie ein Dreck von der Gasmaske. Ja, das ist geil, ne? Das ist voll geil gemacht. Okay, äh, wo geht's hier wieder raus? Was macht die denn da? Ich will's vielleicht gar nicht wissen. Die beiden. Haben Spaß in der Scheune, hey. Warte, Tobi, warte mal kurz. Ah, ist das so schön, ich bin nicht. Dreh dich mal, sag mal so. Ist grad noch so schön ruhig, ne? So entspannt irgendwie. Ja, es ist so schön, einfach nur hinten. Warte, mach du mal kurz. Hier geht so einer ab bei dem Spiel, ey. Was ist das? Ich hab auch vor, das ist pink-braun. Ich muss die beiden jetzt suchen, wo sind die? Ach, da. Nee, nichts, alles gut. Alles gut, alles gut. Nichts passiert. Also müssen wir jetzt wieder nach Salta? Okay, das ist mal komisch. Das ist mal komisch gemacht. Das sind so komisch. Alter, ich hab irgendwie Bock auf was Salziges die ganze Zeit jetzt. Mann ey. Der Traum ist geträumt mit den Salzwieringen. Machst du die Hühnersuppe gleich schön salzig? Ja, mach ich. So, jetzt, was, was steht da? Finde ich Häuser diejenigen, die für die, die viel... Liebe. Liebe. Die für die Zivilverteidigung im Salta verantwortlich sind. Zivilverteidigung. Du riechst nach Shit. Dankeschön. Hier war kein Clou in der... Oh, das kann ich hier nicht sagen, ey. Oh, Alter. Was? Was? Alter, sieht das cool aus. Du hast es verdient. Alter, sieht das cool aus gerade. Der Curry mit seinem Make-Up sieht halt echt böse aus mit der Knarre. Ja, ich bin so böse. Alter. Was ist denn jetzt los mit dir, ey? Oh, Gott. Das sind die Drogen. Was? Was? Drogen irgendwie. Was? Das war also... Respekt. Was war denn da? Das war ein Luckshot. Kam da einer? Nee, nee, der war gekonnt. Hab ich gesehen. Nee, das stimmt, Tobi. Du bist voll geil. Oh, Mann, ihr seid so süß zusammen, ey. Flipp ich aus. Ich bin froh, dass ihr zusammen seid. Da bin ich auch froh. Oh, ne Relaisantenne. Relais, Relais, Relais. Kürbis Riel, Kürbis Riel. Das ist wo? Vor uns, vor uns, vor uns. Relais, Relais, Relais. Ah ja, Relais, Relais, Relais. I tell you what I want, but I really, really want. Äh, was? Da war ein bisschen hier da. Oh, Alter. Keine Gefangenen. Alter. Was? Schnauze. Jawoll. Wir holen uns unser Land zurück. Let's go. Give one first. Oh. Achtung. Ah, ne, ich hab doch... Oh, der Mond. Ich werde zum Wehrwolf. Was ist denn mit dem... Wir müssen die Straße entlang laufen, weil das die Brücke ist. Oh Gott, dann ist... Die Militärstation ist hier übern Berg, wo wir markiert haben. Die 1. Guck mal auf die Map, guck mal auf die Map, guck auf die Map. Das war das, wo wir doch die ganze Zeit uns anschleichen mussten. Herzlich willkommen zurück hier bei Generation Zero. Wir müssen ganz leise sein, denn wir sind gerade auf einer wichtigen Schleichmission. zur Militärbase. Wer sich erinnert, in einer der damaligen Folgen hatten wir da einige Probleme. Ich weiß es noch. Und jetzt wird es also wieder ganz spannend werden, denn wir sind total gut drauf. Vor allem der Erik, der ist einfach richtig krass drauf. Ne, Erik? Oh, ah ja. Das ist schön. Wunderbar. Wunderbar. Ich hatte alles frohes Neues. Schön, Hase. Schön. Wunderbar. Ein Gläschen Wein trinken. Oh, ich muss gleich schneiden. Was denn? Machen die da, die Beine? Ich muss das jetzt gucken. Wenn du die beiden alleine lässt, Hase, ne? Ja, aber immer, ne? Mach immer Scheiße. Mach immer Scheiße. Ja. Mach immer Scheiße. Die sind unter Wasser. Ist voll langweilig. Die sind im Tom-Bode. Ich mach immer ein Yoga. Guck mal, wie romantisch die beiden. Guck mal, wie schön das aussieht von dir aus. Oh mein Gott. Ich fühl mal aus. Ich versuch grad, ich versuch grad Aliens anzufunken. Warte mal. Ja, ich auch. Ich hab aber keinen empfangen. Falsche Frequenz. Falsche Frequenz. Warte, Tobi, bleib mal so stehen. Oder ich bin einer von diesen Möchtegän-DJs. Oh, schon. Oh rot. Oh, oh. 生活men und pennig Ich typisch nicht,ala ruf. Aber ich parle jetzt genau. Ich wusste jetzt sie. Ich wusste sie. Ich wusste sie. Oder ich wusste sie? 쪽 Yo. Bum bum now. Der zeigt bei mir noch keine Relais-Station. Jetzt. Ah! Wer war das? Ich war's nicht. Leute! Hier, ich geb dir ein Medipack. Oh, Fertigkeitspunkt. Hier, hier, hier. Guck mal, hier, hier. Nimm alles. Ich nehm jetzt grad selber. Nein, nimm alles. Hier, ich hab auch Schaden bekommen. Ach Leute, bitte. Nö, ich bin richtig krass beleidigt. Curry hat richtig geschwitzt gerade. Das ist richtig am Schwitzer-Modus. Lass dir nichts von den bösen Jungs da sagen. Aber Chloe ist eigentlich wahrscheinlich der Anti-Held. Chloe Hole, Alter. Chloe ist die geilste. Wieso sowas von dir? Wo kommt das denn jetzt hier? Ich bekam einfach. Oh, der einfach kommt. Komm, Chloe, Challenge-Time. Oh Gott! Was denn? Ist Curry runtergesprungen? Ist Curry runtergesprungen oder was? Ich bin nicht drin. Kannst du mich kurz zurückholen? Hey Pan, kommst du drüben? Was passiert, was passiert, was passiert? Ach, ich seh schon. Hey Pan! Oh, es geht doch nicht. Ich wollte das gar nicht. Du bist runtergefallen, ne? Ja, Tobi hat mich geschubst, Mann. Boah, Alter, Tobi. Warum, Tobi? Ey Tobi? Ich seh, wie man nur so runter sitzt und der Mann einfach traurig ist. Ja. Hier, guck mal, ich hab hier sowas hier. Guck mal. Ist Tobi wieder traurig? Der hat Chili gegessen. Ah, der ist nicht tot. Warte mal, ich dreh das Feuer mal schnell aus. Hey! Hat funktioniert das? Alter, Alter, Alter! Boah! Oh, ne. Hab mal überlebt. Ich lebe, oder? Curry ist Mr. Trashpack-Abonnent. Was? Hä? Hä? Wieso bist du tot? Hä? Was hab ich denn gemacht? Hä? Hä? Hä, wieso bist du tot? Hä? Hä? Tschüß. Voll der Parkplatztreppe einfach. Voll die LSD-Opfer, Alter. Der Shitballert. Freude, Freude, Freude muss ruhig sein. Ja, toll. Tobi ist der Einzige, der den falschen Tanz, ja, wobei, ich mache auch den falschen Tanz, voll Idiot. Also eben, Small Curie. Wir machen alle falschen Tänze. Boah, jetzt sind wir, jetzt ist die richtig Party hier. Das ist Generation Zero. So mit epischer Musik im Trailer. Ja, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Tschüß. Ich geh mal kurz Pipi machen, ja?